Also üblicherweise gehen wir erstmal in die Kirche, die ganze Familie und dann abends kommen wir zusammen, essen gemeinsam und dann spielen wir ein paar Spiele und dann bekommt jeder seine Geschenke. Es war eigentlich relativ klar, der WM-Ball von 2006, den ich geschenkt bekommen habe, hatte ich mir damals gewünscht und hat es aber vergessen und dann war die Freude natürlich umso größer als ich ihn dann bekommen habe.